Das war jetzt sehr random für euch hier. Es kommt die ganze Zeit was. What the fuck? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich an der Motor World. Ihr werdet euch fragen, warum bin ich doch in Grünwald, beziehungsweise an der Autobahn, ich weiß ja jetzt noch nicht, wo ich bin, spotten bin. Das liegt daran, dass hier gerade das Event von Collecting Cars zu Ende ist und wir jetzt nach Grünwald losfahren. Ich wünsche euch viel Spaß, wir haben einen sonnigen Herbstsonntag und das wird mega, weil da eigentlich immer ziemlich viel abgeht. Das ist der Lotus-Montroll. Ich habe kurz gedacht, ist es der Lotus oder ist es doch... Portofino. Ja, dürfte Novitek sein. Kommt der jetzt noch gut oder nicht? Nö, ich glaube, der hat... Ah, egal, der fühle mich den Julian, der ist auch gut. Hallo. Jetzt kommt der, der Portofino. Ja, der ist Novitek. Ja, der fährt eh vorbei. Ah, Junge, 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 Junge. Oh, alles tut weh, alles tut weh. Ausrichtung München. KGT. Das Bild ist geil geworden. Loil. Was zum... Das war jetzt sehr random. Gerade in Grünwald angekommen, muss ich hier ein Handyvideo machen. Random 301 in Grilto's Duo, würde man jetzt bei Ferrari sagen. Dunkel, grau, Uni. Auf jeden Fall sehr geil. Wir sind jetzt aber auf dem Weg zum Mega. Krass, krass. Der moderne wird nochmal geiler genießen. So, inzwischen haben wir es geschafft. Wir sind in Grünwald, ihr habt es ja gerade schon gesehen. Wir haben in 311 random gesehen. Zeigen wir uns noch was zu essen geholt. Ich habe lecker gegessen. Jetzt bin ich wieder klar für ein paar Stunden spotten. Wir wissen nicht, wie wir das machen. Wir schauen einfach, wie es geht. Und dann entscheiden wir spontan, wenn wir irgendwo an was hinfahren, dann nicht. Hinter mir kann man einen Autostadtvorder sehen. Aber da können wir jetzt auch nichts tun. Da steht Porsche 356 drauf, dann wird da wohl auch einer drin sein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß hier beim Sport in den Grünwald. Der Porto Fien ist aber schön. Allein von der Speck. Beides verkackt. Der silberne 590 KTU war unterwegs. Ja, aber du hast so sauviele hier schon. Ich sehe, hinderlich deine Freude. Jetzt müssen wir irgendwie beides zu checken. Und hier kommt Propistor. Das sieht aber auch nicht schlecht aus. Ich sehe nicht mal was. Ich kann nicht mal gescheit sehen. Da ist der Roman. Boah, der sieht aber gut aus. Bei Winterloch hier sind auch eine Einser. Eine Ohr, ich glaube hier. Man, war ein Chini. Oh. 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 Was? 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 kleiner standortwechsel meine haare die haben dort schon wieder keinen bock ich habe es nicht geschafft die haare zu trennen keine sorge bald kommt eine andere frisur aber jetzt sind wir erstmal auf dem weg zur autobahn bisschen nicht wie ich gehe es noch das letzte stück gefahren sind wir schon die auch standortwechsel wir schauen mal ob es dann mehr geht als in grün weil da ist jetzt am ende der abgeflacht ja wir hoffen und ich würde euch viel spaß ich weiß nicht ob mir das zu viel ist oder ob das genau richtig ist es kommt die ganze zeit was wir haben f12 gesehen haben turbo ss-lose füge gesehen gt3 junge was geht denn ab ich hoffe das geht so weiter aber vielleicht ein bisschen pause und ein bisschen weniger sonne damit man auch auf dem bildschirm aus erkennt ich weiß überhaupt nicht was ich dazu noch sagen soll ja das soll denn das werden ein highlight nach man dann hier oder was ich habe 1.340m Ja, tu ich! Ungetan! Fokus! Ist der von einem Rotoroll? Sonst kennt er ja nicht gesehen. Hier ist einer in Süferngrün gewesen. Da war ein Lohnes! Ein erneuter Standortwechsel. Wir begeben uns jetzt zurück. Na, grün, weil ich muss aufpassen, wir sind Fahrradfahrer. Es ging eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nicht, was wir jetzt als nächstes machen. Ich werde terrorisiert. Aber, ja, wir schauen mal. Ein bisschen Zeit haben wir heute ja noch. Ich seh ihn nicht, Digga. Hey, da ist er doch. Ja, Junge, wenn er jetzt so rauf geht, das ist die ungünstigste Stelle. Ja! Und F8. WTF? Und damit haben wir doch noch ein Highlight hier gesehen. In Grünwald zurück. Ich habe doch gar nichts gesagt hier. Aber wir sind zurück. Gleich in Landschaft Stratos. Richtig krass. Oh, der Rote F8 kommt wieder. Der ist auch echt schön. Muss man hier ein bisschen vorgehen, damit man den ein bisschen besser zeigen kann. Der ist auch echt sexy, muss ich sagen. Der ist weg. Jetzt gibt Gas. Gibt Gas. Söhren, ich will was hören. So, jetzt muss ich mal wieder sagen nach langer Zeit. Aber jetzt wird mal wieder Zeit. Gib ihm. Und da kommt noch ein WC4. Und da ist noch ein alter Alpha. Rennwagen. Jetzt kommen hier noch ein paar Highlights rein. Ein alter Bento Rennwagen. Roten Wheeler. Vorklicks. Rennwagen. Jetzt geben wir aber wieder Gas auf. Jetzt geben wir aber wieder Gas auf. Und sehr schön. Alter Pornhut. Ja. Der lächelt aber sehr, ne? Guck mal wie der lächelt vorne. Guck mal wie der lächelt vorne. Guck mal wie der lächelt. Der ist wieder so lustig. So glücklich sind wir noch für Ferrari 5. Ja. Ja. Okay. Waren wir noch vorbei erst?